so wir sind immer noch hier im generator zugang ich weiß im moment noch nicht so genau wo hier das ding schieben muss endlich ach ja meine liebsten Beschäftigung oh man ach man also weiter geht's nein nein ich glaube nicht warum gibt es infizierte so nah beim labor will nutzte sie als verteidigung vielleicht machen sie das auch ja das verstehe ich keine wache kein gar nichts ja langsam sollten wir jemanden treffen gehen wir rein fragt sich nur wo der eingang ist hier jedenfalls nicht hier auch nicht gehen wir zurück warst du an so einer schule an der universität hier nein zumindest nicht als student wie kam es ja als sarah kam war ich noch sehr jung warst du verheiratet eine weile was ist passiert ok zu viel zu viel zu viel hey wie wärs da drüben ja scheint der eingang zu sein da rüber wär ne idee ja rüber wär ne idee wurde das angezeigt Okay, nicht das, was ich wollte, aber es geht. Und jetzt? Okay. 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 Nehmen wir natürlich alles mit. Okay. Röntgenbilder des Pilzwachstums im Gehirn eines Patienten. Wo ist denn Alli jetzt hin? Alli jetzt hin. Alli jetzt hin. Da ist noch eine Tür. 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 Das ist ein Krankenhaus in Salt Lake City. Sie finden sie dort. Dabei die Welt zu retten. Viel Glück damit. Weißt du, wo das ist? Ich kenne die Stadt. Ist es weit weg? Das ist ziemlich weit. Vielleicht mit einem Pferd. Was? Sind das Fireflies? Der Kuhn! Was sind das für Typen? Ganz egal. Wir haben ein Ziel. Machen wir, dass wir wegkommen. Nichts. Wir müssen uns nicht aufhören. Was ist das für Typen? Der Kuhn! Wo ist der Teufel? Da drüben! 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 Was soll ich jetzt tun? Du musst mich hochziehen! Okay, bereit? Scheiße! Eins, zwei, drei! Zieh! Okay! Okay! Dann gehen wir einfach zum Pferd! Da ist keiner! Weiter! Joel, wie geht's dir? Es geht. Es geht. Kommst du durch das Fenster? Ja. Okay. Oh Gott. Komm schon. Mist. Okay. Du bleibst hier. Ich komme dann von der Seite. Ellie. Du hast meine Freunde getötet, Arschloch. Na los, raus da. Machen wir es auf die harte Tour. Du kleine Haube. Oh Mann. Mist. Wir müssen dich hier raus schaffen. Ich bin okay. Das bist du nicht, Joel. Und jetzt komm. Mach schon. Hier ist keiner. Schnell. Du machst es gut. Nur weiter so. Oh Mann. Hier. Halt dich fest. Nein. Kannst du laufen? Ja. Dann lauf doch auch. Ja. Los, komm. Da ist der Ausgang. Nur noch ein kleines Stück. Komm. Scheiße. Hey. Hey. Joel. Hinter dir. Ja. Was? Ellie. Bleib so dort stehen. Vorsicht. Hey. Oh Mist. Oh Mist. Du kleine Rette. Joel. Hier. Steh auf. Leg dir den Arm um mich. Okay. Wir gehen. Ich schwöre dir. Wann wir das schaffen, wirst du für mich singen. Träum weiter. Warte. Ich öffne dir die Tür. Lass dir Zeit. Los, komm. Scheiße. Oh, er. Einfach des Päts. Komm so. Ich glaube, hier sind wir sicher. Joel? Joel? Scheiße. Joel, hier. Ah, steh auf, steh auf, steh auf. Sag mir, was ich tun soll. Komm schon. Jetzt steh ich schon auf. Joel? Winter, lebt er noch? Lebt Joel noch? Das wird nicht lang reichen. Du verjagst ihn nur. Oh, wir steuern Ellie. Wo bist du? Ja, ist er. Langsam. Langsam. um Vielen Dank. Missed. Missed. Ich hab dich. Okay. Hab dich! Mist ist der schnell! Wo ist der jetzt? Okay. Okay. Jetzt bin ich da jetzt hergekommen. Scheinlich. Aber mal lieber hier rum. Okay. 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 anderer Seite. Was ist das für ein Ort? Toll. Alles ist okay. Das ist nur ein ganz gewöhnlicher Ort. Wer ist da? Komm raus! Hallo. Wir wollen nur reden. Eine falsche Bewegung und das hier geht ganz böse ins Auge. Das gilt auch für dich, Sportfreund. Was wollt ihr? Ähm, ich bin David. Das hier ist mein Freund James. Wir sind eine sehr große Gruppe. Frauen, Kinder. Und wir haben alle großen Hunger. Wie bei mir. Frauen und Kinder. Und alle haben viel Hunger. Tja, vielleicht können wir dir... dir was für das Fleisch da geben. Was brauchst du? Waffen, Kugeln, Kleidung... Medizin! Habt ihr vielleicht Antibiotika? Oh ja. Im Lager. Du kannst mit uns kommen und... Ich gehe nirgendwo mit euch hin. Dein schweigsamer Freund da kann sie holen. Wenn er damit wiederkommt, gehört das Fleisch euch. Wenn jemand anders kommt... Dann geht das ganz böse ins Auge. Genau. Zwei Flaschen Penicillin und ne Spritze. Und beeil dich. Geh schon. Das Gewehr nehm ich. Na klar. Jetzt zurück. Das wird ein bisschen dauern. Wollen... Wir uns vielleicht da hinten unterstellen. Dann nimm ihn mit. Na also. Du solltest wirklich nicht allein hier draußen sein. Ich mag's, wenn ich allein bin. Verstehe. Wie heißt du? Warum? Okay. Ich verstehe. Es ist nicht leicht. Ein paar Fremden zu vertrauen. Und... Und der Verletzte. Du machst dir große Sorgen. Es wird bestimmt alles gut. Vielleicht. Du hast noch ne Waffe? Sorry. Okay. Ich... Ich hätte jetzt wirklich gern mein Gewehr zurück. Nein. Du hast eine Pistole. Ich hoffe, du kannst damit umgehen. Ist nicht mein erstes Mal. Wir dürfen sie auf keinen Fall reinlassen. Hoffentlich finden sie nicht. Verwacht die Fenster. Okay. Ich kenne das schon. Oh, na los, na los. Ich kenne das schon. Ich kenne die Fenster. Komm. Was ist das? Nein! 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 Oh, der Falle! Du! Wer geht's jetzt? Wir müssen hier raus! Okay, Kleine! Hier lang! Komm schon! Ich halte sie auf! Er wacht die Treppe! Komm mit! Hier durch! Weißt du, wo es lang geht? Ich war hier noch nie! Na toll! Alles frei! Hier lang! Ich folge dir! Alles in Ordnung? Du musst hier um mich keine Sorgen machen! Okay! Folge mir! Und pass auf! Oh, komm auf! Hey, Kleine! Alles klar? Ist okay! Mehr Flicker! Verschwinde da! Ja! what? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 das war knapp wir müssen da hoch der leiter sollte es gehen wie komm ich da dran verdammt ich muss da irgendwie dran kommen da drüben da könnte ich dich hochheben hier komm herr hilf mir rauf ok fertig dann los beeil dich und halte nach ihnen ausschau schon klar ja alles ok ok bitteschön na los gut achtung na komm hier durch wir müssen hier irgendwie raus was du nicht sagst lass auf was du sagst ok alter Mann sieht aus als hätte schon jemand gegen sie verloren ok wir haben diese jungs besucht egal nimm die ausrüstung ich suche nach einem ausgang schau dich nach nützlichen sachen um siehst du was siehst du Block siehst du dir was